So, neben mir steht Albert Schweizer, Trainer beim SV Raspolaten. Und wir sind hier heute in Emsland zu Gast. Der Volleyballtrainer Mook ist zu Gast im Emsland. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin auf der Suche nach dem weltbesten Kinder- und Jugendtraining. Und ich hoffe, hier das weltbeste Training zu finden. Und ich bin sehr gespannt, was du mir heute alles zeigen wirst. Also, wir gucken mal rein in die Übungen, die Albert uns mitgebracht hat. Und ich bin sehr gespannt.